Hi, dieho Leute und ein allerherziges Willkommen zu einem neuen Part des Sonntagsspecials Atari Games. Ja, und hier läuft auch schon im Hintergrund das nächste Spiel, was ich mir erstmal ausgesucht habe. Wir müssen nämlich jetzt den Vielfraß füttern. Ja, das schöne rosa Gebiss, was sich da durch die Massen von diversen Lebensmitteln frisst. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, wir steuern den Vielfraß und die rosa Würste dürfen wir nicht fressen. Die sind wohl irgendwie roh oder so, das schmeckt nicht. Zumindest habe ich das so festgestellt. Oh, Vitamin C ist immer gut. Oh, ein Getränk, ein Kaffee oder nochmal Vitamin C. Hamburger, Kaffee. Oh, die grünen Würste dürfen wir, die sind zwar schlecht. Oh, und Tortilla, lecker. Die grünen Würste dürfen wir zwar, die sind zwar schlecht, aber egal. Das scheint ihnen hier nicht zu stören, aber roh ist zwar nicht gut, ne? Tortilla, Eis, Hamburger, Eis, Hamburger, Eis. Oh nein, jetzt habe ich ein rosa Würstchen gefressen. Hamburger, lecker, ich habe Hunger. Ja, schlechte Wurst und Keks. Ja, ich bin fetter geworden. Jetzt wird es auch immer schneller, wenn wir fetter werden. Wie ihr seht, Vitamin F. Oh, wow. Das ist aber alles noch im Rahmen, ne? Das wurde alles dann ja noch viel schneller. Wow. Wow, 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 wow. Hm, yummy, 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 yummy. Ich fresse ja für mein Leben gerne, aber ich esse sowieso für mein Leben gerne. Also ich persönlich esse sehr gerne. Deswegen fällt mir auch immer jede Diät schwer, aber ich habe das eigentlich auch nicht so nötig. Sag ich immer, oh, ich bin doch fetter geworden. Gut, jetzt habe ich es vielleicht schon langsam nötig, wenn ich ja weiter so fetter werde. Ja, aber ich esse so gerne und, oh, aber dafür koche ich so ungern. Ich lasse mich mal gerne kochen. Oder kauf mir irgendwelche Tiefkühl-Sachen. Oh, oh. Mann, jetzt kriege ich aber ja gleich epileptische Anfälle von der Schnell... Ah! Ja, seht ihr? Und wenn wir jetzt hier diese rosa Würstchen fressen... Das ist nicht gut. Oh, ich bin doch fetter geworden. Boah, langsam wird die Geschwindigkeit aber echt unmenschlich. Oh, wow, wow. Ah, scheiße, schon wieder eine rote Wurst. Rohrwurst ist nicht lecker. Na, 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 schön mit Salmonellen, bitte. Klingt, äh, wie auch immer. Hm, Salmonellen. Na, das ist auch nicht lustig, Salmonellen. Ah, scheiße. Vielleicht brauche ich die grünen Würste, damit ich die, äh, irgendwie kompensieren kann, weil ich hatte doch vorhin eine gegessen. Grüne Wurst. Nein, doch nicht. Keks. Ah, grüne Wurst. Na, scheiße. Die rote... Ah, schon wieder. Ah, jetzt bin ich geplatzt. Hm. Hm. Ah, das war auch lustig. Ach, komm, dann machen wir nochmal. Komm, ich will hier den Fett werden lassen. Hier. Start. Ja, jetzt ist er noch einfach. Hm. Ah, Salmonellen sind echt nicht lustig, Leute. Ich hatte das schon mal als Kind. Oh, 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 oh. Oh, da war ich, fragt mich nicht wie lange, aber Ewigkeiten im Krankenhaus deswegen. Bin deswegen auch beinahe abgenippelt, haben mir meine Eltern mal erzählt. Das war echt kritisch eine Zeit lang, also davon wusste ich aber nicht. Ich kann mich so gut wie an nichts erinnern aus der Zeit. Aber, nee, das war echt nicht lustig. So ständig kotzen und scheißen und, naja, ihr wisst schon Bescheid. Ich will... Ah! Ich will das jetzt hier nicht weiter ausdehnen, ne? Ach, naja, ist aber auch schon Ewigkeiten her. Oh Gott. Ich war in meinem Leben bisher nur zweimal im Krankenhaus und alles so in meinem... Mit dem fünften, sechsten Lebensjahr so ungefähr. Ah ja, auf Holz klopf, ne? Klopf, klopf, klopf. Man muss es ja nicht beschreien, na? Jetzt habe ich hier die grünen Würste verpasst. Komm. Ah, scheiß Tortillias. Ich liebe ja Tortillias. Hamburger. Eis, 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 scheiß... Grüne Burs, aha. Nam, nam, nom, 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 nom. Eis, Eis, grüne Burs. Nom, 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 nom. Leco, leco, leco. Gebt nur Fressen, ja. Nom, 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 nom. Mm, nom, nom. Oh, ich bin noch fetter hier geworden. Geil. Komm her. Ja, ich will Futter. Ich vergesse mal den Knopf zu drücken, ansonsten geht das nicht weiter. Nom, 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 nom. Ah, Fressen. Oh, rosa, rosa. Jetzt gibt hier schon was her. Nein, aha. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich drin. Ah, scheiße. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Ah, noch fetter geworden. Geil. Aha, scheiße, rosa Wurst. Hm, nein, scheiße. Äh, äh. Äh, scheiße, scheiße. Ah, kacke. Ah, diese Geschwindigkeit ist echt unmenschlich. Hallo. Kommt doch kein Mensch hinterher. Wer soll denn so schnell fressen? Nom, 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 nom. Oh, ich bin doch fetter geworden. Jetzt wird's langsam kritisch. Wow, 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 wow. Gangnam Style. Ach, scheiße. Gut, Leute. Mach ich noch ne Runde? Ähm, nee. Ich glaub, das da oben ist mein Highscore. 7, 7, 9 hatte ich das vorher. Die 7, 2, 3 ist wohl jetzt aus der letzten Runde. Nee, ich glaub, das war's jetzt erstmal. Ich hab jetzt erstmal genug gefressen. Ich bin satt wie Sau. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Game wieder, was ich gleich im Anschluss zeigen werde. Also dann bis zum nächsten Game. Ciao, Leute. Und damit herzlich willkommen zurück, Leute. Gut, dass ihr nicht ausgeschalten habt. Und zwar kommt jetzt als nächstes Donald Ducks Speedboat. Ja, wir werden jetzt in ein Speedboat treten, zusammen mit Donald Duck. Mal gucken, was uns da erwartet. Brumm. Brumm. Ähm, wie konnte ich jetzt nochmal schneller werden? Ah, einfach drücken. Ah! Jetzt häng ich fest. Oh, das ist nicht gut. Oh, scheiße. Ah! Gehst du mal runter? Es ist aber kein Speedboating hier. Zurück. Ja, immer wenn ich nach unten drücke... Ja, jetzt, Feuer! Feuer, ah! Gut, okay. Ich hab die Tasse gefunden, mit der ich hier Feuer geben kann. Oh, 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 Schlamm. Öl. Hier ist Öl ausgelaufen, Leute. Öl. Ah, eine Ölkatastrophe. Ah! Meine Neffen? Hm-hm. Worauf fahren die denn bitte? Das sind keine Surfbretter. Okay. Oh, hier muss ich mich jetzt langschlängeln. Und Feuer! Ah, Fische! Ich darf die Fische nicht erwischen, wobei sie aussehen wie Kaulquappen. Okay, hier fangen wir einfach drunter durch. So. Ah, okay, okay. Oh, das ist ja ein schön... Oh, wir haben es schon geschafft. Yay! Und wir kriegen einen Pokal! Den stelle ich mir gleich ins Wohnzimmer. Auch schön. Ach, ja. Oh, ich bin so wüte, Leute. Hm. Aber egal. So, noch mal eine Runde. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Gebt Feuer, Donald! Wow! Geh mal zurück, Junge. Zurück! Okay, es geht auch so. Cool. Hahaha. So, hier fahren wir mal eher ernst. Hier schlängelt ganz. Hier kommt es ja mit Vollskill. Und hier schlängelt die Ölpest. Ach, die Ölpest ist aber eklig. Oh, und unseren Neffen vorbei. Ach, das machen wir doch hier mit locker links. Wow! Mann, wir sind gut. Wow! Ey, da ist ja voll raus hier. Nein! Voll da hier hingeknallt. Scheiße! Ja! Na also, gleich viel besser hier. Oh, nochmal! Ich kenne jetzt alles. Ich will jetzt ja, wie ist es, einmal mit Vollspeed alles durchhutten. So. So. Ah! Jetzt die Schlamm. Ah, Scheiße. Das ist ja eigentlich mal so einfach hier. Hier muss man das Boot wirklich genau in der Mitte. Also hier ist egal. Das ist ja, ja, das ist ja... Wow! Fische! Uff! Ach, das wechselt auch noch. Cool. Halt hier! Oh, das war knapp. Finish! Oh, wir sind wieder besser geworden. Komm, das schaffe ich doch nochmal hier. Mit Vollspeed durch alles. Diese blöde Schlammgrube hat mich jetzt... Eine Ölpesta hat mich wieder aufgehalten. Oh, Scheiße! Das ist aber auch gar nicht mal so einfach. Ach! Oh, hier. Die sehen uns gar nicht. Oh! Ah, Fisch. Fisch erwischt. Mist. Ah, jetzt strudeln. Wow. Wow. Ah, jetzt... Ah, ich mein Boot tramponiert. Oh je, das kostet doch so viel. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. So, jetzt nach unten. Lauf! Weiter! Mist, jetzt haben wir unser Highscore zerstört. Nochmal. Ich will ja alles mit Speed durchrotten. Ach, Mist. Zurück, Donald. Ach. Der Rückwärtsgang, den musst du auch noch üben. Yay! Wo ist mein Skill hin? Scheiße. Ach ja, hier vergesse ich immer, dass jetzt hier mal die Schlammgrube kommt. Fahr, Donald. Yay! Ah, Fischi! Nein! Oh, Schwein gehabt. So, hier... Ach, Scheiße. Schon wieder ramponiert hier für 5 Millionen Dollar. Hallo! Ich dachte, jetzt käme schon das Finish. So. Hallo! Ich... Jetzt war... Mann, ey. Kacki. Okay, gut. Anscheinend will mir das Spiel jetzt damit sagen, lass es doch einfach. Du warst doch schon so gut. Dass ihr aber auch immer zu viel wollt. Ja, also wir Gamer, wir wollen halt immer, immer die Besten sein, ne? Also dann, Leute, äh, würde ich sagen, äh, da das Spiel mir jetzt sagt, hier den Mittelfinger zeigt, mach ich einfach weiter. Anscheinend wird das Atari Special heute ein bisschen kürzer, weil die Spiele alle nicht so lange gehen, aber... Naja, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich werde halt mir das dabei behalten, immer nur drei Games zu zeigen, ansonsten artet das hier so ein bisschen aus. Also dann, äh, bis gleich zum nächsten Game. So, und damit ein allerherzliches Willkommen zurück. Und, ähm, ja, wir spielen den Djongelboy oder auch im Englischen vielleicht Tomboy, keine Ahnung. Und, äh, wir werden ja einfach mal versuchen, uns jetzt hier durch den Dschungel zu kämpfen. Och, oi, 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 und da ist eine Schlange, aber da springen wir mal dezent rüber. Och, du Scheiße. Och, du Scheiße. Uah, und genau rein. Äh, ich glaube, ich kann jetzt hier hochklettern. Schnell, Juggelboy! Schruber! Ui, ach, geschafft! Uh, ha, hi! Ah, jetzt kommt die Scheißstelle, ha, kacke! Oh, ich hab's erwischt! Jetzt springen! Spring? Hallo? Wie kam ich denn da nochmal wieder runter? Äh, unten drücken? Ah, genau auf die Schlange drauf. Aber das ist mir jetzt egal. Oh, eine Pfütze. Ähm, ach, ich muss da wohl auf die Steine springen. Ist das Steine? Ja, es sind Steine. Ach, toll. Oder Schildkröten vielleicht. Ich weiß es nicht. Und was ist das eigentlich für ein Vieh da unten? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Wie der da hochkrabbelt. Geil. Ui, 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 ab. Ah, scheiße. Ah. Ah. Das blöde Schlangen. Ihr nervt. Könnt ihr mal bitte ein bisschen schneller? Jetzt springen. Hüpf. 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 Und jetzt rüber. Hüpf. Hüpf. Irr. Ah. Geschafft mit seiner geilen Shorts da. Wie heißt es? Linden-Shorts. Hüpf. Ach, du Scheiße. Das war doch nur ein Pixel auf diesem... Ich hab nur noch kein Leben mehr. Scheiße. Da war doch nur ein Pixel auf diesem blöden Loch drauf. Wirklich Pixel genau springen hier anscheinend. Und jetzt? Äh. Au. Sein Zeh hat den Oktopus berührt. Guckt Leute. Sein Zeh hat ihn berührt. Dadurch ist er jetzt tot. Scheiße. Nochmal von vorn. Hier ist es ja nicht so schwer. Bewegt sich die Schlange ja nicht. Die ist tot. Bist du tot? Ja, die ist tot. Hab ich jetzt Leben verloren? Ah. Hüpf. Und runter. Äh. Ist es mal besser da runter zu gehen und dann hoch zu krobbeln? Robbel? Ja. Oh. Beide mit eben Satz. So. Hüpf. Hüpf. Ah, zu früh. Ah, jetzt komm. Komm her, du scheiß Ligane. Jöööö. Oh, wir sind so skillig hier. Hopp. Hopp. Oh, Mann, Mann, Mann. Das kann ja nur laufen hier. Und jetzt wieder auf die Steine. Oh, ha, 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 ha. Wäre ja beinahe schief gelaufen. Mh, mh, mh. Mann. Mann. Ey, hallo, der hat doch das Wasser nur mit dem Zeh berührt. Ja, du. Hups. Wups. Wups. Na, also. Ah. Hups. 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 Jetzt da rein. Oh, Mann, ey. Jetzt warten wir mal, bis die nächsten Schlangen kommen. Warum fallen die eigentlich nicht in die Löcher? Hm? Könnt ihr mir das mal erzählen, Entwickler? Warum fallen die Schlangen nicht in die Löcher? Was ist können? Hm. Toll. Toller Antwort. Hups. Ah, scheiße. Ah, weiter. Ach ja, der Oktopus. Hups. Hups. Ah ja, falsche Tast. Ich muss nach unten drücken, nicht nach rechts. Hm. Hups. Ah. Hups. Ah, Gott sei Dank. Oh, was kommt denn jetzt? Hihi. Ist das da stinke Kacke? Was da hinten hängt? Oder was soll das sein? Jetzt lauuf. Oh. Ah, was ist denn das hier? Aha. Irgendwas zum Essen anscheinend. Ich konnte es leider nicht identifizieren, Leute. Oh. Vielleicht ein Kuchen oder sowas? Aber ein Kuchen im Dschungel? Ich meine, hallo? Halt. Ne, das warten wir mal noch ab. Und jetzt lauf, du scheiß Vieh. Ach, geschafft. Ah. Ach, du Scheiße. Nein, jetzt bin ich reingesprungen. Kacke. Ich denke mal, da unten ist irgendwie sowas wie ein Panther oder sowas, der mich denn killt, wenn ich hier runterfalle. Hm. Na gut. Einmal versuchen wir es noch. Mit der Party ein bisschen länger wird. Ich muss das ja jetzt alles hier mal ein bisschen künstlicher die Länge ziehen. Da quatsch ich euch einfach mal voll hier. Da kenne ich ja nichts. Aha. Also wenn nämlich die Schlangen treffen, dann wird mir kein Leben abgezogen. Dann werden mir ja immer noch Punkte abgezogen. Das ist mir ja eigentlich sowas von schnuppi. Egal, die Punkte. Hauptsache ich komme hier durch. Na denn. Äh, Seil. Liane. Jö. Oh, wie sportlich der ist. Ho. Hop. Ah. So, jetzt auf die Steine. Hüpf. Hüpf. Ah, scheiße. Jetzt wollte ich mit Skill darüber hechten. Das hat jetzt aber nicht so funktioniert. Na gut. Nochmal von vorne. Hop. Hop. Ah, scheiße. Also mein Skill ist ja eindeutig nicht so ausgeprägt. Nochmal von vorne. Und nochmal. Und nochmal. Jö. Oh, geschafft. Mit seiner geilen Haarlocke da. Die ist doch voll cool stylisch. Ach, wisst du, was lädt mich doch, ihr blöden Schlangen. Vielleicht stirbt er ja davon irgendwann später, wenn er da gebissen wird, ne? So Schlangengift mäßig, wisst du? Ach, das ist mir eigentlich auch schnuppiger. Ja, glaubst du, ich komm hier weiter. Hop. Hop. Ah, ja. Oktopus-Action. Wenn es ein Oktopus sein soll. Okay, es hat sich jetzt eh erledigt. Ach, Mann. Ne, mein Ehrgeiz sagt mir, ich muss hier noch einmal, noch einmal muss ich den Part in die Länge ziehen. Das kann ja nicht angehen, dass ich hier nur so einen kurzen Part mache. Oh, das war grad Skill. Hüpf. Jetzt wollte ich den hinterherrennen, den blöden Fie- Ah. Lian in Action. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, geschafft. Und da, 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 da. Falscher Knopf schon wieder. Mist. Und jetzt. Kacki. Hops. 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 Opa, Gangnam Style. Ah. Na toll. Ach, ihr scheiß Schlangen. Ihr könnt mich doch alle mal hier. Fickt euch doch hier. Ach, tut mir leid, meine Ausdrucksweise schon wieder. Ach, Mann. Ich bin aber auch vulgär in letzter Zeit. So, jetzt hier Oktopus. Oktopusi. Hops. Und drüber. Ja. Na, da ist es doch. Jetzt lauuf und spring. Ja, aber wieder ein Leben dazugekriegt. Geil. Und was soll jetzt hier dann die... Okay, ich sag dazu nix. Ich wollte jetzt grad fragen, was soll jetzt hier dann die Schwierigkeit sein, aber... Ah, ich merk's. Nein. Jetzt. Jetzt. Hops. Hops. Ach, leck mich, du blöde Schlange. Huaha. Hops, wohin geht's? Bis hier? Jetzt bin ich zu früh gegangen. Ich dachte, es geht schon wieder zurück. Ach, scheiße. Jetzt reicht's mir. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß bei den guten alten Atari Games. Und, äh, würde sagen, wir sehen uns dann einfach am nächsten Sonntag. Ach, halt, Moment, nächsten Sonntag, weiß ich nicht. Werde ich gucken, ob ich da was schaffe. Mal schauen. Und, äh, bis zum nächsten Mal, denn. Ciao. Ciao. Ciao.